weitermachen das hat jetzt viel damit zu tun und ein paar kleine häschen verschrecken ich hoffe das ist nicht der osterhase weil dann wenn der böse ist dann kommt dann nächstes jahr nicht mehr jetzt ja gleich wie viel da noch ja wo haben wir mein futter gestohlen die tricks fiescher ich bin gerade verwirrt mal wieder aber ich tippe mal darauf dass es von so einem typ da ist hätte ich gerade mal udo drauf während ich den akulyten wieder belebe udo wird es wohl überleben das ist ja der akulyt hilft sogar nachdem er sich gerade noch mal hingelegt hat und die sonne genießt so das war jetzt aber nur ein hof ich brauche fälle so trotzdem frage das futter nehme ich nicht mit das ist mir zu lang zu tragen ehrlich ja trotzdem frage ich gerade wo ich die felle eigentlich her habe ja etwas komisch verkrüppelnde klaue könnte doch mal freigeschaltet werden ach das ist ein fellhaufen nehmt das fell jetzt bin ich auch etwas schlauer obwohl ich die hoffnung schon aufgegeben habe schlau zu werden es hat funktioniert das war knapp an der wiese kommen die zwei immer im doppelpack was ein schwert aber ein jedi fell habt ihr einen gesehen jaa jedi fell bla bla so ich bräuchte noch fälle achso ne wenn die fälle finden dann cool jetzt habe ich zwei fälle und wenn ich die abgebe dann habe ich auch einen beitrag geleistet und dann kriege ich vielleicht wenigstens noch was dafür cool zwei gut ich gehe jetzt mal noch einen futtersack hinbringen auf die letzten meter und wieder eine quest erledigt wenn die überhaupt vier quests heißen ich habe letztens was gelesen oder gerade eben von arena zielen aber das ist also eine arena ist es ja nicht aber eher so eine arena in dem sinne von örtlichkeit so und eben ist mir die aufnahme abgeschmiert ich hoffe es ist nicht viel passiert schon wieder ein event also die fellproben gut das war jetzt ein bisschen spaß war nicht schwer und hat auch keinen hat einfluss von zwei weil auch andere leute daran teilgenommen haben ich habe silberanteil daran bekommen so jetzt muss ich linea beschützen aber wo ist das über die brücke da vorne ok und das kann anscheinend jeder machen weil es ein wie es da steht welt event ist ähm die fischer sind acht oder sechs die quest ist level sechs irgendwas stimmt hier nicht ich geh mal wieder ja mein b ist auch tot anscheinend zumindest kurz davor das war jetzt auch nicht schön auch nicht sehr erfolgreich was wir eben getan haben aber irgendwie geht's nicht besser ja leider leider naja ich würde sagen wir gehen dann mal hoch zur jägerstation ein weiter weg aber wir bestreiten ihn voller mut ziehen wir über die kalten berge wir könnten auch durch die medien gehen ach ne das ist nicht das hat jetzt damit nichts zu tun da kam es bloß ebenso vor als hätte ich hier den schall eines zauberers gehört der dafür sorgen will dass wir im schnee verschüttet worden werden aber das war alles nur so nachdem wir ganz wunderbar noch zwei minuten tauchen gekillt haben geht's jetzt mal im galopp und hoppser lauf nach unten damit wir auch mal vorwärts kommen und nicht hier so lahm rum ärscheln das tempo dass der Kerl einen tag legt ist ja schon äh ja lässt zu wünschen übrig ich renne nämlich auch den ganzen tag und dauerlauf rum wer macht das nicht das ist doch schon logisch und das mindeste was man heutzutage erwarten kann eben ruckelt es ein wenig aber ich denke es ist noch erträglich zumindest für mich ist es erträglich es könnte jetzt schlimmer sein und ich habe auch schon schlimmeres gesehen so eine richtige feste das heißt richtige feste ein eine kleinere feste aber das erste richtige glaube ich wo feste stabile Mauern drum sind und wieder eine Wegmarke entdeckt uiuiuiui was willst du ah jetzt kann ich also ein Handwerk erlernen ok ok das ist jetzt erstmal alles auf englisch was kein Problem wäre aber ich habe keine Lust zu lesen ich wünschte jemand würde diesen Sohn zwar nicht weichmanns weiß der ja gut hier sieht man ja auch zu was man sich ausbilden lassen kann ähm was gibt es zu tun Level 8 das ist nur nichts für mich geht doch nichts über eine gute Jagd was kann ich als Zweitmann sonst herstellen also Bögen, Bistolen, Gewehre, Kriegseln, Erfackeln und Sikkele auf jeden Fall schon mal vormerken Schneider der macht uns das denke ich mal so ziemlich ähnlich wie in anderen Spielen auch ähm erstmal reparieren klasse also wie gesagt ziemlich ähnlich von der Funktion her die die verschiedenen Berufe erfüllen was macht denn ein Konstrukteur das frage ich mich gerade was fragt ihr ach so magere ich Gegenstände ok nix für mich und dann auf jeden Fall